Habt ihr auch Probleme, eine Mod zu downloaden, die so an die 1 GB rangeht, dann könnte dieser Tipp vielleicht euer Problem lösen. Das Ding ist, bei dem letzten Video haben ja sehr viele kommentiert, dass es einfach nur lange dauert, sie zu laden, bla 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 und so. Und ja, das ist richtig, dieser Fehler existiert auch, aber dieser Fehler, da war ich jetzt halt nicht betroffen von. Bei mir war das Problem ein ganz anderes. Und zwar hängt das Problem damit zusammen, dass irgendein Fehler bei dem Internetanbieter liegt. Ich kann es nicht zu 100% erklären. Ich habe da einfach keine Ahnung für. Aber ich kann so viel sagen, ich habe mit dem Curseforge-Support geschrieben, sehr lange. Curseforge hat am Ende dann einfach gesagt, das liegt nicht an ihnen. Glaube ich auch nicht, by the way. Und dann wurde dann später fündig in dem Mod-Community-Discord. Dort hat jemand gemeint, ich soll doch mal mein Internet refreshen. Das Ding ist, das hat bei mir halt leider nichts gebracht. Ich habe also meinen Router neu aufgesetzt, Internet komplett neu konfiguriert und so weiter. Hat trotzdem nicht geholfen. Das Ding ist, dieses Problem hatte ich schon mal vor ganz vielen Jahren bei dem Spiel Black Desert. Dort war es aber auch ein bekanntes Problem, dass alle Leute, die in Deutschland gelebt haben über Vodafone, versucht haben Black Desert zu spielen. Die konnten es nicht spielen. Die konnten nichts downloaden, weil zu diesem Zeitpunkt IPv6 an die Leute nicht verteilt wurde. Und demzufolge kamen sie halt nie in das Spiel rein. Das wurde dann irgendwann mal von Seiten Black Deserts endlich gefixt. Ich gehe davon aus, hier ist es ein ähnliches Problem. Denn nachdem ich mein Internet geändert habe, indem ich mit meinem Handy reingegangen bin, konnte ich die Mods ganz normal downloaden. Nachteil ist natürlich daran, A hat nicht jeder unbegrenztes Datenvolumen, so wie ich. Und B dauert es trotzdem ewig lange. Also ich habe teilweise eine halbe Stunde für eine Mod runterladen müssen mit meinem Handy. Allerdings konnte ich dann endlich die Mod runterladen. Ich würde es gerne vernünftiger erklären können, woran es liegt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was mittlerweile hilft. Und zwar, wie gesagt, Internet, komplett anderes Internet versuchen zu nutzen. Das Witzige ist, das Telefon läuft auch über Vodafone, aber dort ist wahrscheinlich die Verbindung eine andere. Keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Da stecke ich nicht so heftig in der Materie drin. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen trotzdem, der halt gewisse Server nicht steuern kann, weil er einfach ums Verrecken diese Mods nicht installieren kann. Wie gesagt, schließ dein Handy an. Bei mir ist es einfach ganz einfach zu finden oder Einstellungen. Dann per USB-C-Kabel halt verbunden und dann auf mobiles Hotspot und Tatering. Und im Endeffekt geht man auf USB-Tatering und schon hast du halt dein Internet von deinem Handy für den PC. Dann kannst du die Mod runterladen und nachdem die Mod runtergeladen ist, funktioniert auch alles einwandfrei. Dann updatest du sie auch jedes Mal wieder vernünftig. Keine Ahnung, warum das dort halt hängt. I don't know. Aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen.